Sharon Acker ist eine kanadische Schauspielerin. Leben Acker begann ihre Schauspielkarriere im Theater und erlebte 1957 ihr Kinodebüt im Film Volltreffer ins Glück. Weitere Filmauftritte hatte sie unter anderem in Poen Blanc, Wer trägt bei Rosie schon Pyjamas, Don't Let the Angels Fall, Act of I Heart, Das Urteil des Richters ab in die Ewigkeit und Herzchirurg Dr. V. Rhein. Sie spielte auch in zahlreichen Fernsehserien wie etwa in Raumschiff Enterprise, The Bold Ones, The Senator, The New Perry Mason und Executive Suite. 1973 gewann sie zusammen mit Bill Finnegan, Jack Webb, Daniel Petry, Harold Jack Bloom, Rick Lenz und Richard Boone den Bronze Rängler für die Folge The Century Returns der Serie HEC Ramsey. Filmografie 1956 Anne of Green Gables 1957 1957 Volltreffer ins Glück 1961 Macbeth 1961 One Plus One 1966 Wojek 1967 Pullenblank 1968 Verrückter Wilder Westen 1968 zu 1969 Ihr Auftritt Almundi 1969 Raumschiff Enterprise 1969 1969 Minimax 1969 Wer trägt bei Rosi schon Pyjamas? 1969 Don't Let the Angels Fall 1969 Lenzer 1969 Wer schläft mit Caroline? 1970 Act of I Heart 1970 1970 zu 1971 The Bold Ones The Senator 1970 1972 Cobra übernehmen sie 1971 Rauchende Colts 1971 FBI FBI 1971 1971 1971 zu 1975 Ken 1973 The Stranger 1973 zu 1974 The New Perry Mason 1973 zu 1975 Barnaby Jones Barnaby Jones The Hankman 1974 Harry O 1975 1977 Die Straßen von San Francisco 1976 1976 O.O.R. Hermann Flint Dead on Target 1976 zu 1977 Executive Suite 1977 Gangster M.O.P. 1977 Das Urteil des Richters 1978 Love Boat 1978 zu 1979 Detektiv Rockford Anruf genügt 1978 zu 1981 Quincy 1979 Police Story A Cry for Justice 1980 Kampfstern Galactica 1980 1980 Battles The Murder That Wounded 1980 Der Unglaubliche Hulk 1981 App in die Ewigkeit 1981 Herzchirurg Doktor V.Rhein 1981 Flamingo Roth 1981 1985 Simon & Simon 1982 Of Your Rocker 1983 Tapper John M.D. 1985 Die Fälle des Harry Fox 1985 Night Rider 1986 Mord ist ihr Hobby 1987 Zeit der Sehnsucht 1991 zu 1992 Schatten der Leidenschaft Auszeichnung 1973 Bronze Rengler für die Folge The Century Returns der Serie HEC Remsi von der Leidenschaft 19 21 24 23 24 Untertitelung des ZDF, 2020